Läuft's? Ich glaub schon. Ich bin James Franco. Ich bin Seth Rogen. Hi. Wir sind in meinem Bunker. Weil die Maya meinten, diese Woche geht die Welt unter. Hast du schon mal einen beschissenen Maya getroffen? Warum hören wir auf die? Keine Ahnung. Maya, Wichser. Und das beschissenste ist, dass wir einen Film gedreht haben, der erst nächsten Sommer rauskommt. Naja, vielleicht ist es beschissener, dass die Welt untergeht, aber ja. Aber unter Umständen sieht ihn da niemand. Er ist echt witzig. Es geht ums Ende der Welt. Wir haben eine Szene vorbereitet, damit die Arbeit nicht völlig umsonst war. Was machen wir, solange wir hier drin sind? Ähm... Verkackt, weit unter Gang. Wieso hast du eine Knarre, Mann? Okay, tu's einfach. Tu's einfach. Eins, zwei. Tu's. Ich grunz ein bisschen, wenn ich wichse, du nicht? Ja. Der Penis ist mächtiger als der Schwein. Das Wein verdammtes Gras ist bei dich, klar? Wie wichsen wir ihn eigentlich? Schau mal nicht hier rüber. Schau du mich nicht an. Dann schau du mich auch nicht an. Hätte ich dich mal bloß nicht zu mir eingeladen. Gute Nacht, Franco. Träum, was ist es? Hab dich lieb. Was? Franko! Guten Morgen, Sonnenschein! Leute, Leute, wacht auf! Der nie lebt! Er isst unser ganzes verdammtes Essen! Hör auf! Hör auf! Alter, lass das! Alter, lass das! Nein, ich hab für uns nur Frühstück gemacht. Alles cool. Was? Alter, das sollte für uns alle reichen, bis wir gerettet werden. Wartet, Freunde. Jetzt peile ich das. Ihr habt LSD genommen. Ist doch so. Mhm. Was? Craig hat keine Hose an. Bestimmt hat er wieder voll übertrieben getanzt und alles voll geschwitzt. Du hast weises Zeug in der Fresse, Franko. Bestimmt hast du jemanden eingeblasen. Jonah hat vermutlich zugesehen und sich einen runtergeholt. Jay, wusste nicht, dass du hier bist. Schön, dich zu sehen. Danny, wir haben uns keinen geblasen und sind auch nicht high. James, Franko hat also gestern keine Flöte gelutscht. Jetzt weiß ich ganz sicher, dass ihr Optik schiebt. Du weißt echt nicht, was gestern Abend passiert ist? Daniel, vielleicht solltest du sitzen bleiben. Es sind nämlich ein paar ziemlich üble Sachen passiert. Und es gab sehr viele Tote. Okay, erzähl mir von diesem Toten. Alter, Siegel ist tot. Crummles ist tot. Michael Cera ist tot. Na, wenn Michael Cera tot ist, ist das kein herber Verlust. Was sagen wir denn nicht? Michael Cera ist tot. Das ist nicht witzig. Das ist echt nicht witzig. Seth, was du da gerade spielst, ist besser als in deinen letzten sechs Filmen. Wo zum Teufel war das in Green Hornet, hä? Jonah, du bist einer, der für den Oscar nominiert wurde. Also musst du dir den Scheiß auch richtig verkaufen. So, es gab Tote. Es gibt so viele Tote. So viele Tote. Okay, das war gut. Das war gut. Sehen wir aus, als ob wir Witze machen? Scheiße, was ist das? Scheiße. Tja, heute habe ich also zum ersten Mal meine eigene Pisse getrunken. Und sie ist nicht übel.